Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank an Luca, dass Sie uns die Möglichkeit geben, die zwölf Jahre, die wir jetzt hier in Luxemburg tätig sind, mal Revue passieren zu lassen und die Reflexionen, Ideen und Konzepte hinter unseren Projekten in Worte zu fassen. Wir machen unsere Präsentation auf Deutsch und auf Französisch, ergänzen so ein bisschen, also keine direkte Übersetzung. Wir hoffen, dass es funktioniert. Bonsoir, on aura du mal à garder le temps léger de Arnaud. On ist quand même un peu nervös d'être da, avec un public qui est quand même assez kritisch, on le sait. Donc on essaiera, on fera de notre mieux. Donc on va, Friedrich l'a dit, on va faire une conférence bilingue. On va essayer de ne pas trop se répéter, mais de garder un peu un débat fluide. On verra si ça fonctionne. Donc on a, je pense que ce qui, pour présenter un peu Area Landscape Backtoucher, donc c'est pas que Friedrich et moi-même, donc on est cinq architectes paysagistes exclusivement dans notre agence, on investit notre énergie primaire dans le paysage. Arnaud l'a décrit avec beaucoup de mots. Je pense que pour nous, dans notre travail, on travaille le paysage construit et naturel. Donc on a vraiment ces deux notions dans notre travail. On structure les espaces, on essaye de faire des interactions entre les volumes qui se construisent, et il y a une grande et importante place aussi pour la végétation, dans ces espaces qu'on essaye de créer au mieux. Peut-être aussi une première explication sur notre agence. On s'appelle Area Landscape Architecture. Dans le contexte linguistique luxembourgeois, ça peut sembler un peu déplacé, c'est un amalgame allemand-anglais, mais ça reflète un peu le parcours qu'on a fait avant de venir s'installer au Luxembourg. Moi, je suis luxembourgeois, Faudry qui est allemande. On s'est rencontrés à Berlin pendant les études. Moi, j'étais étudiant Erasmus. Et puis après... On n'est pas les seuls couples Erasmus dans la pièce, mais je pense que vous connaissez l'histoire. Donc, on s'est rencontrés pendant les études à Berlin. Après, moi, je suis resté, retourné à Berlin pour des raisons, bien sûr, de formation et autres. Et puis, on s'est déplacés ensemble. On a fait un parcours ensemble après aux États-Unis et finalement à Londres avant de revenir au Luxembourg. Ce nom d'Aria Landscape Architecture, cet amalgame, représente quand même fortement aussi les influences qu'on a eu et la formation qu'on a eu avant de s'installer et avant de se lancer dans cette aventure de l'indépendante en équipe. Christian hat es eben angesprochen. Der Name Aria Landscape Architecture ist vielleicht ein bisschen fremd in der Luxemburger Sprachwelt, aber er spiegelt die Zeit wieder, bevor wir in Luxembourg angekommen sind und auch die Erfahrungen und Einflüsse, die wir gesammelt haben, bevor wir uns hier selbstständig gemacht haben. Unsere Stationen für Studium und Arbeit haben unsere Sichtweise auf die Landschaftsarchitektur geprägt und prägen auch unsere Arbeit heute. In Deutschland, in Berlin, wo wir angefangen haben, ist Landschaftsarchitektur eine etablierte Fachrichtung mit einem eigenen abgegrenzten Aufgabengebiet. Hier wurde 1823 die erste Ausbildungsstätte für Gartenkultur in Europa gegründet und hier gab es auch die Volksparkbewegung, die schon die ersten öffentlichen Parks, Grünräume für die Öffentlichkeit bereitgestellt haben. Landschaftsarchitekten werden dort zwingend in dem Planungsprozess auf allen Ebenen beteiligt, von der Landesplanung bis hin zur Objektplanung. Ich habe in Berlin erst mal eine Garten-Landschaftsbaulehre gemacht und später haben wir zusammen an der TU studiert und in verschiedenen Büros Praktika gemacht. In der Berliner Schule, die wir also so an der Uni und in der Praxis kennengelernt haben, um die Jahrtausendwende, spielen die formalen Grundlagen eine große Rolle. Es geht darum, eine Leitidee vom Ort und von der Funktion des Ortes abzuleiten und die dann in den verschiedenen Maßstäben des Projekts umzusetzen. So entstehen viele Räume, die sehr einfach sind und funktional und vielleicht auch ein bisschen nüchtern. Der Nutzer bekommt Räume und Flächen zur Verfügung gestellt, die er sich selber aneignen soll. Ein Beispiel ist hier der Berliner Lustgarten. Das ist vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber es ist von meinem Professor, für den ich auch Tutorin war, der diesen historischen Platz neu gestaltet hat, um die Jahrtausendwende, mit einer ganz einfachen Struktur und dann auch eben diese klare Formsprache runterdekliniert hat, bis in die Details und eben einen Ort zur Verfügung gestellt hat, in dem sich im Sommer viele Leute aufhalten. Nach Berlin sind wir dann zusammen in die USA gegangen. Dort hat Christian seinen Master gemacht an der Harvard-Universität und ich habe in einem Büro gearbeitet. Und an der Uni hat Christian auch Martha Schwartz kennengelernt, eine bekannte Landschaftsarchitektin, für die wir dann in London in einem kleinen Team ein Büro aufgebaut haben. Bei Martha kam eine andere Dimension hinzu, als die sehr formale Dimension aus Berlin. Und zwar hat sie in den 80er Jahren die Traditionen und Konzepte von Freiraum und Garten mit ihrer eigenen Sprache umgekrempelt. Der örtliche und geschichtliche Kontext eines Ortes und das gängige Verständnis von Landschaft und von Garten waren für sie keine zwingenden Anhaltspunkte für ihre Entwürfe. Sie hat keine Hemmungen, starke Farben einzusetzen und einen Ort auch auszustatten. Heraus kamen bei den besten Projekten heitere Orte die optimismus ausstrahlen und eine starke visuelle Identität haben. In contraste zu der Sobriete allemande, wie Sie gesehen haben, in den Projekten der Lustkarten, wir waren in den Ausstrahlen, Surtout, Friedrich l'a expliqué in allemand, on a fait un parcours ensemble aux Etats-Unis où j'ai fait mes études à Harvard. J'ai rencontré Martha aux Etats-Unis. C'est l'influence primaire pour moi. C'était les projets que Martha a réalisés bien avant qu'on se soit rencontrée, aux années 80, pendant l'ère postmoderne, où elle a vraiment explosé dans la scène académique américaine avec ce Bagel Garden, qui est une intervention vraiment à petite échelle, à New York, une intervention privée, mais qui est très emblématique de son travail. Je pense qu'elle fait des projets très expressifs. Elle a vraiment créé des espèces avec des identités très fortes, mais toujours avec ce qui, pour nous, était très, très important, surtout dans notre expérience avec Martha, quand on a travaillé avec Londres, où on a lancé son bureau anglais. C'est cette approche optimiste et cette joie de vivre. C'est vraiment quelque chose qu'elle transmet dans ses projets aussi. Ils peuvent sembler « over the top », mais c'est une personne qui nous a beaucoup influencés, surtout pour son approche positive. Je pense que ça, c'était pour nous quelque chose qui nous a fort marqués. Et dans notre travail, je pense qu'on retrouve un peu cet ensemble des influences allemandes et cette tendance vraiment un peu plus que nécessaire. On ne traduit pas ça en direct, mais je pense que c'est une influence assez importante pour nous et dans notre parcours. Aujourd'hui, dans notre agence, on est cinq. On a commencé à deux. On est cinq architectes paysagistes. On est tous des nationalités différentes. Donc, ça donne des discussions intéressantes et des échanges qui sont stimulants et pour lesquelles, je pense qu'on retrouve aussi la qualité de nos projets dans une collaboration déjà au sein de l'équipe qui peut être assez dynamique. On a réalisé une quarantaine de projets. On ne va pas présenter. On a essayé de réduire la palette des projets présentés sur trois thèmes. On a le nom de la conférence. Le titre que vous connaissez, c'est « Platte à tout le monde dort ». Donc, on a vraiment essayé aussi cette joie de vivre et cette expression de Martha se retrouve aussi là-dedans, je pense. Pour nous, la motivation principale, c'est de créer des espaces et de les créer de façon à tenter les gens de les occuper. On veut vraiment amener les gens et d'occuper les espaces et d'en prendre possession à la fin. C'est ce qui nous motive dans le travail de tous les jours. À la fin de la présentation, on aura un dernier chapitre. C'est le chapitre « Un peu de verdure ». On en parlera tout à l'heure, mais c'est le travail avec les plantes qui sera le dernier chapitre. Nous avons notre vortre « Platte à tout le monde dehors » parce que ces deux demandes sont les questions de la liberté de l'arrivée. C'est un peu de nombre de temps, les gens de l'on appris. Les deux demandes pour la réunité d'un peu de verdure. Les plusieurs choses de l'on appris ont des projets d'un projet. Les projets d'un projet et les projets ont été misqués. Im dritten Teil, im Peu de Verdure, wollen wir auf die Pflanze als wertvolles Gestaltungselement eingehen. Der erste Teil unserer Präsentation ist ein Thema, das für uns sehr interessant ist und mit dem wir mit Arno zum Beispiel und Nico zusammenarbeiten. Und zwar soll es die Möglichkeit beschreiben, schon bei der Definition der Freiräume mitzuarbeiten. Das ist besonders im urbanen Umfeld wichtig. Es geht nicht nur um die Freiräume an sich, sondern eben darum, die Freiräume richtig zu dimensionieren, zu orientieren und so Freiräume zu schaffen, in denen Leute Lust haben, sich aufzuhalten und sie zu benutzen. Und diese Möglichkeit haben wir halt, wenn wir an der städtebaulichen Phase schon beteiligt sind, meistens findet es im Rahmen von PHPs statt. Und wir haben jetzt einige solche Projekte, in denen wir gerade arbeiten. Der erste PHP, an dem wir mitarbeiten konnten, war der von Jardin de Luxembourg in Merl. Bei diesem PHP hatten wir also die Chance, in einer frühen Phase der städtebaulichen Ideen einzusteigen und dann in den nachfolgenden Jahren diese Ideen nach und nach umzusetzen. Auf dem ehemaligen Areal der Luxlee in Merl sollte ein neues Stadtquartier mit ungefähr 2.000 neuen Einwohnern entstehen. Der Name des Projektes, Jardin de Luxembourg, gab es schon vor unserer Mitarbeit und gibt einen hohen Anspruch für die Freiräume vor. Und so hatten die Städtebauer und Architekten Steinmetz de Maier 2008 dem Kunden vorgeschlagen, schon in der PHP-Phase einen Landschaftsarchitekten mit einzubeziehen. Und wir konnten so bei der Entwicklung des Städtebaus mit dem Fokus auf die Freiräume mitwirken. Die Qualität des Viertels, das jetzt schon zum großen Teil besteht, hängt stark mit den Freiräumen zusammen. Zum einen mit der guten fußläufigen Erschließung des Viertels und zum anderen mit dem Park, der das Herz des Viertels bildet. Der Park steht wiederum in räumlicher Beziehung mit dem Platz, mit dem öffentlichen Platz, der auf der anderen Seite des Boulevards oder der Avenue liegt und auf den wir später noch zurückkommen. Neben diesem Grundgerüst am öffentlichen Raum war für uns wichtig, eine Beziehung zwischen den öffentlichen und privaten Freiflächen herzustellen. Obwohl sie räumlich getrennt sind, sollen sie sich gegenseitig stärken und dem recht großen gebauten Volumen eine grüne Basis schaffen. Durch die Sichtbeziehungen entstehen Zusammenhänge über die Grenzen zwischen öffentlich und privat hinweg. Und diese Zusammenhänge sollen durch Pflanzungen unterstrichen werden. Und so sollen einmal, wo es ging, versucht, Baum- und Strauchvolumen so anzuordnen, dass sie auf privatem und öffentlichem Grund zusammen Volumen bilden, die langfristig das Viertel, das Gebiet prägen sollen. Diese Pflanzenmassen sind in diesem dichten, ovaren Kontexte interessant, erstmal räumlich und ästhetisch, aber natürlich auch aus mikroklimatischen und ökologischen Gesichtspunkten. Der Projekt que Friedrich hat, ist ein Projekt, auf dem wir arbeiten, auf dem wir arbeiten, seit langem wir arbeiten. Wir haben wirklich auf alle Echelle gearbeitet, aber die ersten Echelle war, war der PAP. Das war wirklich ein Projekt, der wir in der ersten Echelle gearbeitet hat, in der ersten Echelle gearbeitet hat, der Plattstar-Kreier-Deliö. Wir haben wirklich gearbeitet, mit den urbanisten, um die sich zu machen, um die Echelle gearbeitet hat, um die Echelle gearbeitet hat, um die Echelle gearbeitet hat, um die Echelle gearbeitet hat. Die Es funktioniert auch mit dem Park und der Platz, aber es funktioniert auch mit dem Visuellen. Die Visuellen geht au-delà von den Limiten privatives und öffentlichen. Es gibt auch die Vigitation, die auf die Limite verbunden ist. Wir versuchen wirklich nicht zu traiteren die Leute in individuellen, sondern zu schaffen, dass die Vigilien und öffentlichen Limiten nicht mehr leas und öffentlichen. Es braucht natürlich eine große Volontäne von den Kunden, aber auch, in diesem Fall, wir haben die Chance, die Vigilienin zu unterstützen. Wir gehen mit einem Projekt von der Natur sehr unterschiedlichsten. Es ist auch ein Projekt, die sich auf der Ebene eröffnet wird. Auf der Terrasse des Ofourneaux, aufgrund der anderen Fähigkeiten, auf dem Projekt Paisager und Post-Industriell, wir haben nicht den Romantismus, die Dämposition oder ein Pastiche von der Industrie abandonnete. Das war der Parti-Pris, bevor wir uns betreffen, das war die Silhouette des Ofourneaux. Und zu kreieren eine Stadt autour des Ofourneaux. Aktuell, die Universität ist jetzt auf diesem Ort, und es ist unerwaltig. Es ist ein Projekt in dieser Präsentation. Es ist ein Projekt auf dem wir uns mit Michel Devigne, der Paisagiste des Paris-Paris-Paris-Präsagin hat. Wir sind die Vorstellung für die Ausstellung. Aber im Laufe des Jahren, wir haben wirklich eine gute Zusammenarbeit, und wir uns mit diesem Projekt identifizieren. Das bedeutet, dass wir uns in der Präsentation in der heutigen Präsentation Es gibt auch drei-dimensionalen Elemente, die Jardins d'Hiver, und récemment auch die Insertion von Forêts Urbaines, um eine Densität végétalte auf den site. Aber mit diesen paar Elementen und dieser Palette redukte d'Elementen, ist es eine Séquence d'Espaces Urbains, aber auch diese Linärität des Highways, wenn Sie den site kennenlernen. Die ersten Elemente, die wir benutzen, sind die Bassins, die eine Masse sehr subtile, die arbeiten mit der Präsenz und den Räfleten auf diese Eau, die ermöglicht eine Séquence sehr interessante, insbesondere mit den Vestiges. Die Elemente, die wir aktuell auf der Fichte sehen, sind die Äuungen, wo es eine Menge von dreidimensionalität gibt, wo es wirklich eine Menge von bauten, aber es sind die Jardins d'Hiver, die in diesem Fall sind eine Forêt plantiert, in diesem Jardin, für wirklich auch dessiner ein Päisage confiniert. Das war ein Teil mit den Bassins, die alle planten sind in einem sehr restreinten. Das ist auch für die Forêts Urbaines, die wir planten ein paar Einzelnen. Devant der Maison des Savoirs, gibt es noch andere in der Konstruktion. Ich denke, dass wir ein sehr urbain für die Forneur haben, mit einem sehr, sehr einfachen Vokabular. Jetzt sind die Aufmerksamkeit, es gibt die Schülerinnen. Es muss jetzt, dass die Schüler die Ort mit allen Möglichkeiten beitragen, die sind in der Verfügung. Die Hochofen-Terrasse Bellwei unterscheidet sich von anderen postindustriellen Landschaften dadurch, dass es mit der Universität eine ganz eigene neue Nutzung bekommt, also neue Gebäude auch in einer neuen eigenen urbanen Sprache. Wir haben an diesem Projekt im Team vom Büro Michel de Vigne als ausschreibendes und bauleitendes Büro mitgearbeitet. Der durchgehende Klinkerbelach, die Wasserbecken, die Wintergärten und die Baumblöcke bilden eine Sequenz von urbanen Räumen, die jetzt nach und nach mit der wachsenden Zahl von Studenten belebt werden müssen. Im Folgenden machen wir einen Sprung nach Paris zu einem zweiten großen Projekt. Dieses Projekt passt gut in unsere Kategorie Platz da, denn hier wurde in die Grundstruktur des Raumes eingegriffen. Es ging darum, einen Verkehrsraum, einen reinen Verkehrsraum, in einen nutzbaren Platz für die Stadtbewohner umzuwandeln. Mit einem Wettbewerbsbeitrag, den wir zusammen mit den Architekten-Urbanisten TWK aus Paris und Martha Schwartz gewonnen haben, ist es gelungen, einen Platz für das zivile Leben zu schaffen. Ich denke, dass unser Projekt, die Place de la République ist wirklich emblematisch für diese Plätze-Platte-Sagre, ein Platz für die Stadtbewohner umzuwandeln. Wir haben hier gearbeitet mit TWK, den Architekten de Paris, und Martha Schwartz, auf ein konkurs, um zu transformieren, was damals ein double-ramp-point. Es war wirklich ein spaschen, um die Fahrer zu fahren, um die Fahrer zu fahren, um die Fahrer zu fahren. Es gab die Fahrer zu fahren, aber es gab die Fahrer zu fahren, die Platz für die Stadtbewohner umzuwandeln. Es gab bereits eine destination für die Dämonstration, aber es war immer in den Schiff, dass es möglich ist. Wir haben schon in den konkursen, es gab verschiedene Szenarios für die Situation zu verbessern, um die Fahrer zu reduzieren, um die Fahrer zu reduzieren, aber wir haben noch ein bisschen mehr zu gehen, und wir haben noch ein bisschen weitergelegt, und wir haben die Fahrer zu verabschieden, um die Fahrer zu verabschieden, bis zur Façade Nord, die Casarne und die Grands Magasins auf der Façade Nord. Und die Funktionierung in double sens auf den Grands Boulevard und auf dem Platz auf der Platz. Das hat sich mit einem enormen Raumspunkt und der Mobilität. Eine der Städte-Metro die größte in Paris débouche auf diese Platz. Und mit den Arribus, den Städte-Veloc, den Vélib und Autolib heute, ein Pohle d'Echange ist sehr wichtig in der Stadt. Es war schon schon, aber es funktioniert auch durch diese Platz. Das gibt ein Rhythmus und die Saison und an alle Zeit. Und die Schleifung hat sich mit dem Raumspunkt und dem Raumspunkt mit einem vocabularen sehr einfachen und mit einer Strecke sehr einfachen. Wir haben ein Parvis mit nur einer Pente, eine Pente-Continue, das ermöglicht, mit zwei Terrassen, eine auf der Seite und der Seite, mit den Plantations, die sind unterschiedlich, als die Platane, die in den Platz waren. Hier, wir arbeiten mit einem Feuillage viel leichter, mit einer Ambre, viel einfache, als die Platane. Es gibt eine Dimension, die auch anders ist, aber es war eine Volontäne, zu distinguen den Existenz, den Pente-Continue, und die neue Plantation. Das contraste auch die Volontäne. Wir haben eine Zonen, ohne ein großartes Arbeit. Hier, wir haben die Pente-Continue, mit der Pente-Continue, die auch mit einer Fonte-Continue, funktioniert sehr gut, auf diese Fläche, ohne die Plan zu verändern. Die Platz der Republik, heute, ist sehr schnell integriert, in den Titel-Urbänen. Und heute, sie ist eine Indispensweise für die Ville. Ich denke, dass wir, in der Arbeit des Concours-Continue, haben wir immer gedacht, dass diese Dimension civische und den Rassembleen, auch, aber die Dimension, die sie hat gepflegt, hat alles, was wir erwähnt. Es ist wirklich ein Ort, 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 Ich denke, wir sehen uns in der Presse mehr als erwähnt, aber auch für gute Gründe. Ich denke, dass die Gespräche, die sich heute auf der Pläne auf der Rühkriege befinden, ist wirklich etwas, wir sind wirklich sehr froh, von dieser Entwicklung auf der Pläne. Vielleicht auch für diese Pläne, eine kleine Begründung für die Dimension. Wir können die Tour Eiffel auf der Pläne 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 auf der Pläne. Das ist wirklich die gute Dimension. Wir kommen jetzt auf Luxemburg. Im nächsten Projekt wird es, die nächste Pläne auf der Pläne auf der Pläne auf der Pläne auf der Pläne. Das ist ein Räträhnungsstück, aber ich denke, dass wir in unserem Travall, immer wieder auf der Pläne 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 auf der Pläne. Wir kommen also zurück auf den Maßstab der Pläne auf 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 der Pl quer mit Säule und es ist der erste öffentliche Raum im Rahmen des Projekts Léja d'André Luxembourg. Wir haben den Platz in verschiedene Teilbereiche unterteilt, die verschiedene Charaktere haben. Im östlichen Teil gibt es einen Garten, der im Maßstab anderer kleinerer Plätze in Merl, diesen kleinen Maßstab von anderen Plätzen in Merl aufnimmt. Auch die Magnolien, die es in Merl oft in den Vorgärten gibt, tauchen hier wieder auf. Auf den Bänken in diesem kleinräumigen Gartenteil sind die alten und neuen Bewohner eingeladen, zu kommen und Pause zu machen. Die Vegetation ändert sich im Laufe des Jahres und bietet immer wieder einen neuen Blickfang, so wie auch die Fontäne in der Mitte des Gartens. Im Kontrast zu diesem eher intimen Gartenteil steht die große Platzfläche. Je weiter die Bebauung auf der anderen Seite vom Jardin de Luxembourg fortschreitet, umso mehr rückt dieser Platz in die richtige Dimension. Hier soll mal der Markt stattfinden und die Verteiler Musik stattfand auch schon mal statt. Also es ist für solche größeren urbanen Funktionen gedacht. Auf der Nordseite, also mit guter südlicher Ausrichtung, stehen noch ein paar Lokale leer, die auch noch beitragen können, den Platz zu beleben und mit Leben zu füllen. Auf der anderen Platzkante greifen wir den Park, der auf der anderen Straßenseite ist, auf und führen den hoch auf die Ebene des Platzes mit einer recht dichtigen Baumpflanzung, die auch noch mal ein anderes Volumen gibt und später, wenn die Bäume größer sind, auch noch mal eine andere Situation von Schattenplatz. La structure de la Place ist wichtig für die Bedürfnisse des Quartiers. Wir haben den Projekt mit dem Jardin Publik, die wirklich orientiert wurde, den Quartier des Merles, den Quartier existenten, die wirklich markiert durch die kleinen Spaces, die Verts mit, wie Frédéric sagte, auch die Magnolias, die sind eine référence des Jardins des Merles. Also, hier, wir wollten, seit dem Anfang, ein Ort, wo die Menschen sich finden, für wirklich nicht zu entwickeln, einen Depäisement. Ich denke, das war auch sehr wichtig. Après, den großen Spaces, auf dem Anfang, der großen Spaces, auf dem Anfang, der großen Spaces sind, aber jetzt, die Masse des Quartiers, die Masse des Quartiers wirklich apparaît, die Vieden sich auch verletzt. Für die Transition vers den Park ist, wir haben diese Rampen plantiert, die auch die Transition vers den Bauten, in der Perspektive der Grande-Place, um eine Umgebung zu dem Bauten, auf die Bauten, auf die Bauten, auf der Place. Wir haben auch die Fontäne, die ein bisschen eine Dimension luddische zu der Place, aber auch eine Fähne zu der Industrie. Die Schriftstelle, die in der Place war, war die Lalletterie, und diese Eau, die jetzt macht die Judo, auf der Place. Heute, wir finden eine Trache der Industrie noch auf der Place. Diese Dimension luddische des Fontänen, auf der Place Torne, ermöglicht auch die Transition vers den nächsten Kapitren, den Kapitren Tout le monde dehors. Hier, wir sprechen von Projekten, wo wir, wo wir, bei der Place der Republik, wo wir keine Prätexte haben, für die Menschen zu tun, um ein Spiel. Und das ist das nächste Auftrag, den wir uns mit unserer Arbeit stellen. Und in diesem Kapitel geht es direkte Angebote im Freiraum zu machen. Manchmal braucht es eben mehr als nur die Bereitstellung einer Fläche. Manchmal muss man klare Ansagen machen und Angebote machen, dass die Leute sich eingeladen, die Menschen sich eingeladen fühlen, diese neuen Räume zu nutzen. Ein Beispiel dafür wäre der Place des Saliers, ein Stadtplatz mit kleinen städtischen Charakter an Differdange. Er ist ein Teil eines städtebaulichen Projektes, geleitet von Dewey Müller. Der Platz hat einige Jahre lang in einer etwas schwierigen Situation existiert, mit Brachflächen auf zwei Seiten und einer Fläche, die freigehalten wird für ein Gebäude mitten auf dem Platz. Das hat auch etwas länger gedauert, als es geplant war. Aber es war auch so angedacht, dass dieser Platz fertig ist und schon den Ton angibt, qualitativ den Ton angibt für das neue Viertel ringsherum. Der Platz befindet sich zwischen einer Schule, einer Apotheke gibt es auch und einem Supermarkt wird kommen. und ist so prädestiniert als Kern des neuen oder Viertel, das immer wächst. Der Platz befindet sich auf Tiefgarage, wie es oft der Fall ist und so ist es relativ schwierig, nachhaltig zu pflanzen. Das Viertel Fußball hat eine relativ gemischte und junge Bevölkerung und bei der Gestaltung des Platzes wollten wir mit der Sprache, mit einer einladenden und fröhlichen Formsprache diese Einwohner auch direkt ansprechen. Zunächst gibt es einen Teppich aus einem kleinteiligen Pflaster, der die Platzfläche selber vom befahrenen Rahmen abtrennt. Und auf dem Teppich steht nicht nur das Gebäude, das jetzt bald fertig wird, sondern auch einzelne und Gruppen runde Pflanzgefäße, die auf dem Platz wiederum kleinere Orte zum Aufenthalt und in Zukunft auch schattige Bereiche finden, wo man sich hinsetzen kann. Runde Intasien im Teppich verdichten sich auch noch an diesen Orten und kreieren da auch noch ein spielerisches Element. Der größte Kreis auf dem Platz spricht die Kinder an, die aus der Schule kommen. Im Boden eingelassene Trampoline und ein paar Wackelplatten bereichern den täglichen Schulweg. So ist es so, dass jetzt eigentlich immer, wenn man vorbeigeht, im Zwölf um vier Kinder dort spielen und Kinder da auch einen Umweg hin machen, um eben diesen kurzen Moment vom Spiel zu haben im Alltag. Und das ist auch das, was uns besonders freut. Das Gebäude, das jetzt entsteht, zeichnet jetzt vor, wie die Dimensionen eigentlich ursprünglich angedacht waren. Die Platz des Alliés in Differdange, ist eine Platz, die in einem Quartier in construction zu haben. Der Quartier in construction war, die Fähigkeiten waren, die Fähigkeiten waren, wir haben entschieden, zu machen ein Projekt mit einer sehr starken Identität, und die kann auch schon wieder sein, bevor der Quartier in construction war. Der Papier in Differdange, die Fähigkeiten von Naturkarte, die in Differdangez und die Städte, die in Differdangez, die vor allem in Differdangez, das war sehr wichtig. Die Fähigkeiten von Differdangez, die wir in Differdangez, die wir in Differdangez, die wir in Differdangez, in Formen von Backelplatten, verbinden, die diese Platz haben, und die Spiele zu haben, Und dazu, wie wir sehen, wir haben, ein Stück für die Kinder, Ich bin ein Einheimischen 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 Das ist heute sehr gut geacceptet. Die Trampolins sind in der Schule das macht für uns dieses Wichtigste die 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 modifizierten das ist für uns ein großes Jetzt machen wir einen Schwenk von einem öffentlichen Platz zu einem privaten Innenhof. Und zwar geht es um einen Hof eines Bürogebäudes an der Rockade. Hier haben wir einen Garten geplant in einem existierenden Hof, den man wunderbar für Pausen und vielleicht mal für einen Termin nutzen kann. Wir sind wieder mal auf einer Tiefgarage und haben alles dafür getan, ein grünes Gegengewicht zu finden dem gebauten Volumen gegenüber. Die neuen und die schon vorhandenen Sitzelemente, die es dort gab, werden jetzt sehr gut genutzt und man sieht auch viele Leute in den Pausen, die den Ort genießen. Der Dome ist ein ganz unterschiedlicher Kontext. Wir sind in einem immeuble von einem Büro mit einem Platz von Büro monotone. Wir haben hier einen Platz, die Leute zu machen, die Leute zu setzen und auch die Leute zu nutzen. Die Leute zu nutzen, wie ein Platz, wie ein Platz, aber auch ein Platz, wie ein Platz, wie ein Platz. de vraiment l'utiliser comme eine extension de leur plateau de bureau mais aussi de contre-agir à cette monotonie du plateau avec un geste avec un ilot de verdure où on a essayé aussi d'effacer les traces techniques qui étaient des contraintes assez importantes dans cette cour avec un passage de pompiers qui était vraiment dominant dans cet espace und die Ventilations, die wir integriert haben. Das sind sehr pragmatische Fragen, die wir versuchen, zu sparen. Wir haben auch hier, in diesem Projekt, diese Volontäne, die Menschen auf den extirmen, mit einer kleinen Fontein, mit den verschiedenen Liegen, mit den kleinen Gruppen, die wir wirklich mit der Dispositionen, in dem nicht noch den Usagern von diesen Büros. Nun, heute, die Stadt ist, dass die Start-up ist. Das funktioniert sehr gut in diesem Sinne. Und die Beziehung des Jardins ist großartig. Es ist wirklich ein Veränderung. Der Räumengement hat wirklich verändert, die diese Kur, auch wenn die Verstärkung sei schwierig. Wir haben auch diese Art der Circularität, in diesem Projekt, mit den Ausgaben, die in den Bäumen sind, mit dem Bäumen recuperer vom Projekt vor unserer Intervention. Und dann auch mit der Plattform, die construite in ein Material enttäuscht. Das ist ein bisschen geste, aber in diesem Kontext, es ist auch wichtig, dass wir uns nicht mit einer neuen gamme. Heute sehen Sie es in den Fotos, es ist wirklich gut und gut. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 die man eigentlich nur braucht, wie hier in der Passage, wo wir mit verschiedenen Texturen im Wegebelag gearbeitet haben, um eine Leitlinie zu bilden, in Richtung von dem Boulevard Aizet oder von der Aizet hoch zur Rue Vauban und dann weiter nach Dreiechelen. Oder aber eben auch mit diesen Mauerscheiben, die verschiedene Nutzungen abtrennen, zum Beispiel eine Treppenanlage oder eben einen Fahrradstellplatz. Und das wird dann weitergeführt, da kann man die Dichte auch nutzen, eben solche Elemente doppelt zu bespielen, wie hier diesen Fahrradunterstand, der auf der Rückseite eine Einfassung der Terrasse für die Meko, für das Meko-Café gibt und gleichzeitig eine Bank darstellt. Ein ähnliches Beispiel ist auf dem Schulhof, das heißt, der Schulhof liegt auf der Tiefgarage und eine Rutsche und ein Regenwasserfall verbinden die zwei Ebenen zwischen Tiefgarage und der Ebene von Boulevard Aizet. Der Hof ist recht freigehalten, weil viele Kinder dort toben und spielen und rennen können sollen und da auch wieder eine doppelte Nutzung von der Topografie, die wir da angelegt haben, einmal eben zum Spielen und andererseits, um verschiedene Elemente einzufügen, die wir sonst mit der Höhe von der Tiefgarage auf der Tiefgarage nicht hätten realisieren können. Es gibt auch noch einen schmalen grünen Rahmen um den Hof, der ein bisschen einen Abstand bildet, zur Wohnbebauung zum Beispiel. Und da haben wir unsere ersten Erfahrungen gesammelt mit Pflanzungen, die ohne Bewässerung auskommt auf Tiefgarage. Und das funktioniert auch ganz gut, aber es ist schon recht spärlich, weil wir jetzt wirklich sehr, sehr heiße, lange Sommer hatten, die die Pflanz nicht gerade verwöhnt haben. Wir haben jetzt viele urbane Projekte gezeigt, in dem es eigentlich darum ging, zu erklären, wie wir mit räumlichen Strukturen umgehen wollen. Und so haben wir viel Mineralisches gesehen, auch weil der Impact der Pflanzung, der auch zu sehen war, noch relativ klein ist, denn bis so ein Baum gewachsen ist und wirklich das Volumen ausfüllt, das wir geplant haben, dauert 20 Jahre und dann sind wir vielleicht in Rente. Also jetzt soll es dann doch nochmal konkret auf den Aspekt Pflanzung in unserer Arbeit gehen. Das ist ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt und da werden wir halt öfter mit der Frage konfrontiert, kann man da nicht so ein bisschen Grünzeug hinmachen und wir denken, dass der Anspruch an das Grün doch ein bisschen höher sein kann, als nur so ein bisschen Maquillage, Kosmetik. Donc, à la fin de la Präsentation, on va vous parler un peu de nos Reflexions sur le travail avec les Plantes. Le nom du Titel l'indique, indique la tâche aussi avec laquelle on est souvent confronté. Mettez un peu de verdure. La demande peut être plus ou moins sérieuse, mais souvent, il s'agit quand même de combler des situations qui ne sont pas réglées. Il faut trouver la tâche verte pour souhaiter cacher. Oui, la solution. La solution, c'est le vert, ajouter du vert. Donc, comme Arnaud l'a dit, le coloriage, ça ne nous intéresse pas tellement. Donc, on pense vraiment que le terme un peu de verdure, ça reflète un peu l'image simpliste qu'on a souvent au début des discussions. Et on est convaincus que la végétation et les plantes ont tellement plus à contribuer. Et on veut donc vous présenter un peu plus en détail ces réflexions. Les plantes, bien sûr, on a l'impact qui est sur le site et assez connu, le microchilma du lieu qui est influencé, le bien-être général des animaux et des humains. Il ne faut pas limiter l'impact des plantes à la valeur écologique et à la santé publique. Le caractère d'un lieu est fort influencé par la plantation, par les ombres portées, la texture, la couleur et l'odeur, pour ne pas l'oublier. Donc, pour parler peut-être en premier des arbres, des éléments qui peuvent aussi nous permettre à structurer l'espace, ce qui nous... C'est un vrai outil dans notre profession. Nous les utilisons pour créer cette transition d'échelle entre le bâtiment et l'humain, comme on l'a fait sur la place Tornes, par exemple, où on travaille aussi... Où on crée des lieux sous les couronnes. Ça, c'était surtout sur la place de la République où on a vraiment essayé de changer, avec les changements d'arbres, de changer les lieux également, avec la texture et l'ambre qui est différente, qui est beaucoup plus fine. Et poursuivre, je pense aussi pour le Jardin de Luxembourg, c'est le parc de Jardin de Luxembourg qui est un bel exemple d'un parc qui prendra certainement aussi les 20 ans pour arriver à cette maturité de l'image qu'on aimerait créer. Mais c'est une lisière de forêt avec des grands arbustes, des arbres également, avec seulement les arbustes. Et puis, une plantation de vivaces pour ajouter de la couleur et de la texture, de nouveau. Et aussi, ça nous permet de créer un peu un zonage sur la pelouse centrale de ce parc avec des petites niches qui sont créées entre les arbres où on aimerait vraiment aussi amener les gens à occuper ces niches avec du mobilier ajouté, mais sans rien d'autre, pour mettre un peu le doigt sur cette intention. On a planté, depuis les derniers 12 ans, on a planté près de 1 000 arbres, un nombre qui continuera en pleine croissance. Je pense que cette dimension du long terme est assez importante dans le travail avec les arbres et aussi d'avoir une perspective sur les 20 ans ou là-dedans. Christian a parlé de la création d'agrément de la création. Christian a parlé de la création du verschiedene Pflanzenschätze in Szene setzen. Grundlage ist meistens ein einfacher Teppich, hier aus Fahnen oder aus Bodendeckern, die dann die Struktur und die Silhouette der Solitäre hervorheben. Das ist ein Kontrast, mit dem in der Landschaftsarchitektur viel gearbeitet wird. Hier wieder auf Plastorn haben wir das auch wieder benutzt. Sie haben diese strengen Eibenhecken, die eine Grundstruktur schaffen und die lebendigere Pflanzung mit Blüten und Gräsern, die den Kontrast herstellen. Ein weiteres Beispiel für den Kontrast ist ein Hof von der SNHC-BM im Grünewald, wo es diesen Rasen gibt, der öfter geschnitten wird, der begehbar ist und den Wiesenbändern, die eine Struktur hinzufügen und auch ein Interesse natürlich für andere Lebewesen als Menschen in der Stadt. Ja, also der Reichtum, bei dem man bei der Pflanzplanung schöpfen kann, ist enorm und begeistert mich immer wieder, was es da gibt an Texturen und Farben und Formen und Duft, hat Christian schon gesagt. und Silhouetten im Winter, also es ist wirklich beeindruckend und man versucht eine Pflanzung zu machen, die das ganze Jahr über etwas zu bieten hat. Im Frühling eben mit kräftigen Farben nach dem langen Winter, nach denen man sich sehnt, durch Zwiebelpflanzen zum Beispiel, den Sommer über mit verschiedenen Aspekten, die sich immer wieder wandeln und immer wieder neue Kombinationen von Blüten hervorbringen und dann im Herbst die Herbstfarbung und die Gräser, die dann in ihrem schönsten Stadium sind und im Winter die Silhouette und die Rindenfarbe. Also es gibt eigentlich immer was, was Interesse hat und natürlich macht einen das, man möchte eigentlich alles haben von diesen Sachen und das ist eigentlich der größte Aspekt von der Pflanzplanung, auf was reduziere ich mich und auch an welchem Standort bin ich und was kann ich überhaupt einsetzen, was funktioniert an dem Ort. Denn wenn wir mit der Baustelle fertig sind, wenn der Bau abgeschlossen ist, dann ist die Pflanze noch längst nicht abgeschlossen. Selbst in die zwei Jahre Pflege, die wir hinterher noch haben, abgeschlossen ist, es gibt kein Endstadium. Und so müssen wir halt auch schauen, wie es mit der Pflege hinterher weitergehen kann. Das ist der Fall für aufwendige Pflanzungen, wie hier aufwendige Pflanzen oder aber auch naturnahe Pflanzen. Also dieser Pflegeaspekt spielt immer eine große Rolle und muss einbezogen werden. Im natürlichen Umfeld und in der freien Landschaft ist klar, die Palette bezieht sich auf die einheimischen Pflanzen. Im städtischen Raum ist es ein bisschen was anderes. Hier ist natürlich Biodiversität wichtig und wir fördern die auch mit unserer Arbeit, pflanzen auch viele einheimische Pflanzen, aber müssen hier die Bäume, hauptsächlich die Bäume, aber auch Sträucher in einem Milieu wachsen, das nicht dem natürlichen Umfeld entspricht. Es gibt höhere Temperaturen. Wir haben letztens von 40 Grad geredet, die jetzt auf uns zukommen. Strahlungshitze, eine stärkere Wirkung von Trockenheit, Salz und all diese Aspekte, auch noch die Tiefgarage, die jetzt immer wieder als Lebensraum zur Verfügung steht, diese Liste von Einschränkungen ist lang und man braucht die nicht zu ignorieren. Also die geht nicht weg. Also muss man hier Stadtbäume für die Zukunft pflanzen, die an diesen Standorten gedeihen. Da greift das Kriterium einheimisch zu kurz, sondern das wirkliche Kriterium ist Standortgerechtigkeit. Auf dem Platz vor dem neuen Ocean und Differdange haben wir zum Beispiel Gleditzin gepflanzt, so wie auch auf dem Place de la République. Das ist eine Baumart, die kommt aus der Mitte von Nordamerika und ist angepasst an so eine städtische Situation, wo es ringsherum Pflasterflächen gibt und wo man sich trotzdem wünscht, grüne Volumen zu haben und auch die Möglichkeit, sich mal in Schatten zu setzen und Eis zu essen. Und da kommen solche Bäume eben viel, viel besser klar und auch in Zukunft besser klar als die einheimische Palette. Daran muss man einfach denken. Man darf auch eben nicht vergessen, dass Bäume und Pflanzen per se positive Wirkungen haben. Es ist nicht nur die Biodiversität, sondern auch das Mikroklima und die Bindung von CO2. Also es ist eine Pflanze an sich, hat schon viele positive Eigenschaften. Ich denke, wir haben viel gewonnen, wenn wir in der Stadt eine Vielfalt von Pflanzen haben, die dort gedeihen können und die wir fördern und bewahren. In der Realität ist es nämlich oft nicht die Frage, pflanzen wir jetzt einheimisch oder pflanzen wir was Exotisches, sondern pflanzen wir überhaupt irgendwas. Oder streuen wir Kies aus und dann sind wir fertig und dann haben wir wirklich einen Lebensraum, der für Mensch und Tier überhaupt keine Qualität mehr hat. Ja, also das Ziel unserer Arbeit ist eigentlich die Freude an der Pflanze und die zu zeigen, was für eine Qualität Pflanzen haben und wie wichtig die sind, was für einen Mehrwert die sind für das Umfeld. Ja, also wir sind jetzt am Ende unserer Präsentation angelangt. Es gibt noch viele Projekte, viele Projekte, die noch auf dem Papier sind oder im Bau und wir sind überzeugt, dass die Arbeit von Landschaftsarchitekten und auch unsere Arbeit viel für positive Lebensräume schaffen kann. Wie schon eingangs gesagt, liegt unser Fokus ganz komplett auf diesen Freiräumen und wir können da einiges beitragen. Wir freuen uns auf die Themen, die jetzt in der nächsten Zeit auf uns zukommen und auch auf die Entwicklung von unserer Profession. Ich will kurz kurz kurz. Wir haben uns eine kleine Ecke gegeben, eine kleine Ecke von unserer Arbeit, von unseren Präoccupations und von unseren Reflexionen. Nämlich ist unser Domain der Externe. Wir investieren all unsere Energie. Wir glauben, dass wir etwas zu tun haben, auch auf den Projekten und den Projekten, urbain, trurur und auch auf jede Echelle. Wir sind auch interessiert, über die Entwicklung unserer Profession im Zukunft. Certainen sind bereits erwähnt. Wir sind in verschiedene verschiedene Ko-Kreation, die sehr promotoren sind. Aber ich denke, die Entwicklung nicht weiterverteilt wird. Die Frage des plantes, des bonen Usages des plantes und des bonen Kontext für die plantes, die Friedrich hat, um ein bisschen zu zeigen, ist wichtig. Ich denke, dass es ein Gespräch ist und nicht zu lassen. Ich denke, dass es ein Gespräch ist heute. Wir sind sehr motiviert, um zu unterstützen. Ich möchte, dass Luca zu sagen, für diese Einwohnerin, für diese genöreste Möglichkeit, in diesen magnifiques lieben, zu machen die Präsentation von unseren Projekten. Auch, zu unseren collaboratissen, die hier sind, die wir hier haben, viel in unser Arbeit. Und natürlich, zu den Architekten, zu den Ingenieuren, mit denen wir arbeiten, alle die hier sind. Und auch zu den Fotografien. Ich denke, dass du heute, die Arbeit haben, wir versuchen, die Basis zu geben. Aber heute, diese Präsentation, das ist sehr wichtig, dass wir die Schönheit, die in den Fotos, auch in den Fotos, und wir sind sehr glücklich, dass wir zwei hier auf dem Platz haben. Es macht Spaß, zu sehen, die Farbe des Projekten, die wir gemacht haben. Ich hoffe, dass es Ihnen auch Spaß macht. Also, wir bedanken uns herzlich beim Luca, bei Ihnen allen für die Aufmerksamkeit, bei unseren Kunden und bei unseren Planerkollegen für die gute Kooperation. Vielen Dank. Vielen Dank.